Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial zu Affinity Designer. Heute erkläre ich euch, wie ihr einen benutzerdefinierten Bildpinsel mit Textur erstellt. Dazu machen wir folgendes. Wir legen zunächst einmal ein neues Dokument an. Das mache ich mit dem Tastengürzel Command N. Dieses Dokument lege ich in 100 x 100 mm an und eine Auflösung von 300 dpi. Wie wir jetzt hier sehen können, habe ich zurzeit keinen Hintergrund eingeblendet bzw. einen transparenten Bildhintergrund. Das kann ich über Dokumenteneinstellungen jederzeit ändern. Entweder macht ihr das direkt bei der Anlage oder ihr geht hier über Farbe, transparenter Hintergrund und stellt ihn beispielsweise auf weiß. Das mache ich jetzt deswegen, weil ich mit Rastern arbeiten möchte und die kann man eben auf diesem transparenten Hintergrund sehr schlecht sehen. So, jetzt habe ich einen weißen Hintergrund. Um die Raster einzuschalten, drückt ihr auf der Tastatur Command Umschalt oder Shift und das Hochkomma, also da, wo auf der Tastatur das Hashtag bzw. das Doppelkreuz ist. Jetzt habe ich das Raster eingeschaltet und wie ihr vielleicht schon wisst, in Affinity Designer ändert sich dieses Raster, sobald ihr weiter in dieses Dokument hineinzoomt. Ich möchte jetzt als erstes mal ein Rechteck zeichnen mit einer Größe von 40 x 60 mm. Da ich meine Fanglinien hier oben eingeschaltet habe, geht das relativ einfach. Ich nehme mir das Rechteckwerkzeug. Ihr könnt alternativ natürlich das Tastenkürzel M benutzen. Und ich zeige mir jetzt einfach mal hier mein Rechteck auf. Das soll meine Zeichenfläche sein, in der ich gleich meinen Pinsel erst mal erstelle bzw. das Bild für meinen Bildpinsel. Die Füllfarbe des Rechtecks benötige ich nicht. Ich habe eine schwarze Kontur. Schauen wir mal gerade, ob die auch eingestellt ist. Es ist sie nicht, deswegen ist sie auch nicht sichtbar. Ich stelle sie auf 0,1. Das genügt mir. Jetzt möchte ich zunächst einmal ein Herz als Schleife zeichnen. Das soll dann später mein Pinsel werden. Das mache ich mit dem Zeichenstift-Werkzeug oder dem Pen-Tool. Alternativ könnt ihr das mit Tastenkürzel P aufrufen. Ich zoome mal etwas weiter rein. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt auch ein anderes Raster. Und ich setze mir jetzt einfach mal hier meinen ersten Zeichenpunkt hin. Dann gehe ich weiter nach oben und setze mir hier auf diese Höhe den nächsten Zeichenpunkt. Dann setze ich mir den nächsten Zeichenpunkt hier hin. Hier hin. Dann hier auf gleicher Höhe. Dann gehe ich jetzt hier auch wieder auf gleicher Höhe und beende quasi mein Vektor oder meine Linie auf dieser Seite. Das Ganze sieht jetzt noch nicht besonders herzförmig aus. Das wird sich aber sehr schnell ändern. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich wechsle mein Werkzeug. Gehe jetzt auf mein Ankerpunkt-Werkzeug oder das hier. Das heißt eigentlich Knoten-Werkzeug auf Deutsch. Lässt sich mit dem Tastaturkürzel A auswählen. Und kann jetzt hier die einzelnen Ankerpunkte mit gedrückter Shift-Taste auswählen. Diese Ankerpunkte möchte ich jetzt hier oben in Kurven oder in eine glatte Kurve umwandeln. Und jetzt kann man schon ein bisschen was von der Herzform erkennen. Außerdem möchte ich das hier unten bei diesen beiden auch noch machen. Hätte ich auch gleich mitmachen können. Die haben jetzt natürlich nur einen Anfasser. Die ziehe ich als erstes mal hier unten auf die Mittellinie in etwa. Das darf ruhig ein bisschen natürlich aussehen. Leider kann man die hier nicht pixelgenau ausrichten, diese Anfasser. Jetzt möchte ich hier oben meine Anfasser noch ein bisschen anpassen. Hier ziehe ich ihn noch ein bisschen raus. Das Ganze könnte man natürlich auch mit dem Herz-Werkzeug machen, aber ihr wollt ja auch immer ein bisschen sehen, wie man in Affinity selber Formen erstellen kann. Und deswegen zeige ich das hier. So, diese Linie möchte ich auch noch ein bisschen krümmen. Und diese Linie ähnlich. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann finde ich das schon ganz passend. Vielleicht ziehe ich diesen hier noch um 10 Punkte runter. Ich drücke Shift und den Pfeil nach unten von den Cursor-Tasten. Und dann kann ich hier auch weiter runter gehen. So, das ist es eigentlich schon. Jetzt möchte ich diese Linie hier erstmal wieder mit dem Ausfall-Werkzeug hier oben, also dem Verschieben-Werkzeug, Tastenkürzel V, markieren. Und jetzt bearbeite ich als nächstes mal die Kontur. Die Kontur soll insgesamt erstmal wesentlich breiter werden. Dann möchte ich die Kontur in einer anderen Farbe haben, und zwar in Rot, passend zum Herz. Ich habe gesagt, ich möchte die Kontur, aber habe trotzdem die Füllfarbe ausgewählt. Also erst die Kontur auswählen. Das könnt ihr übrigens immer ändern mit dem Tastenkürzel X. Mit X schaltet ihr immer zwischen Kontur und Füllfarbe hin und her. So, die Kontur soll rot werden. Da haben wir sie. Und jetzt soll das Ganze so ein bisschen kalligrafisch aufgewertet werden. Das mache ich jetzt mit dem Kontur, auf dem Konturpanel und hier über diese Druckschaltfläche. Da kann man sehr schön kalligrafische Effekte erzeugen. Ich möchte jetzt folgendes, dass erstmal hier in der Mitte, ihr seht das schon, das ist jetzt quasi die Mitte oben vom Herz, also von meiner Kontur. Die kann ich verändern. Die soll relativ dünn sein. Dann möchte ich hier und hier jeweils einen Punkt setzen, damit ich die Außenpunkte, also Anfang und Ende des Herz, etwas vergrößern kann. Jetzt schaue ich mal einmal, wie mir das so gefällt. Vielleicht setze ich da noch ein paar mehr Punkte. Ja, ich hätte gerne, dass hier oben diese Kurven noch etwas weiter sind. Die liegen also hier näher an der Mitte. Also gehe ich jetzt hier hin und ziehe hier quasi diese Kurven noch etwas weiter auf. Genau das Gleiche, wenn ich das jetzt hier links daneben machen möchte, setze ich mir hier auch wieder einen Punkt hin. Macht das relativ symmetrisch und ihr erkennt schon, wie dieses Werkzeug funktioniert. Insgesamt dürfte das alles noch ein bisschen symmetrischer sein von der Kurvenform. Okay, hier auch noch ein bisschen symmetrischer. So, jetzt möchte ich die Stärke noch erhöhen. Und das ist jetzt in etwa schon das, was ich mir so vorgestellt habe. Aus diesem Bild möchte ich jetzt einen Pinsel machen. Und ich mache das so, dass ich nicht dieses Bild alleine exportiere, weil ihr seht schon, dass ich hier quasi den Rand überschneide. Wenn ich das jetzt als Datei, als PNG-Datei mit transparentem Hintergrund für den Pinsel exportiere, dann würde ich hier oben diese Teile abschneiden. Das und das. Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich mein Rechteck drum herum gelegt. Und wenn ich jetzt mal, ich kann jetzt auch das Herz direkt in das Rechteck quasi als Schnittmaske reinlegen. Da dürfte sich nichts verändern. Und dann kann ich hergehen und sagen, ich möchte diesen Part hier exportieren. Exportieren kennen wir auch schon. Das Tastenkürzel Command Alt oder Option und Shift und dazu noch ein S. Dann öffnet sich hier dieses Dialogfenster. Ich möchte nicht das ganze Dokument exportieren, sondern meine Auswahl ohne Hintergrund. Und dabei kommt dann diese geschätzte Dateigröße raus. Das Ganze lege ich jetzt ab, gehe auf Exportieren und hier lege ich mir noch einen Ordner an. Pixel, Grafiken und nenne das Herzschleife 01. Ich schreibe immer eine Nummer dahinter, falls ich gleich nochmal eine andere Version mache. Und ich aber bei diesem Namen bleiben möchte, kann ich es gut durchnummerieren. Gehe auf Sichern. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr daraus einen Pinsel erstellt. Dazu gehe ich hier auf das Pinsel Panel. Und das ziehe ich mir auch mal raus, um euch kurz zu erklären, wie das aufgebaut ist. Ihr habt hier oben ein Menü. Und über das Menü könnt ihr neue Kategorien erstellen, Kategorien umbenennen und Kategorien löschen. Außerdem könnt ihr Pinsel importieren. Vielleicht habt ihr euch schon mal Pinsel aus dem Internet geladen oder gekauft. Und könnt ihr über diese Funktion, die Dokumente heißen dann oder die Dateien heißen dann AF Brushes, hier importieren. Beziehungsweise könnt ihr eure eigenen Pinsel oder auch die bestehenden Pinsel exportieren und weitergeben. Dann könnt ihr hier drei verschiedene Typen von Pinseln anlegen. Einmal einen gleichmäßigen Pinsel. Das ist sowas, wie ihr hier links seht. Dann ein Intensitätspinsel. Der ähnelt dem, den wir heute erstellen, diesem Bildpinsel. Nur, dass er dort nochmal auf die Deckkraft eingeht des Bildes oder der Textur, mit der ihr den Pinsel erstellt. Wir nehmen heute den Bildpinsel, aber vorher möchte ich eine Kategorie erstellen. Dazu klicke ich hier drauf und diese Kategorie muss ich jetzt wie bekannt in Affinity Designer erstmal umbenennen. Ich muss das nicht, aber Pinsel ist nicht besonders einleuchtend. Deswegen gehe ich nochmal hier drauf und sage Kategorie umbenennen und nenne die jetzt mal Mensch Mesh. Dann habe ich meine eigene Kategorie und hier steht dann nicht einfach nur Pinsel drin. Jetzt möchte ich einen neuen Pinsel erstellen über neuer Bildpinsel mit Textur. Und hier liegt jetzt auch die Datei, die wir gerade eben abgespeichert haben. Die wähle ich aus, klicke sie doppelt an oder ihr könntet auch auf Öffnen gehen und hier seht ihr jetzt den Pinsel. Ich schiebe das mal zurück in diese Palette, das Panel, so. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ich mit Artboards arbeite. Ich möchte diese Datei jetzt nicht einfach verwerfen, sondern ich möchte den Pinsel gleich ausprobieren. Vielleicht möchte ich aber hieran noch etwas ändern. Deswegen erstelle ich mir jetzt einfach zwei Artboards. Ich mache einmal die aktuelle Zeichenfläche zu einem Artboard. Dazu wähle ich hier oben das Artboard-Werkzeug aus und ziehe direkt um die Zeichenfläche einmal mit der Maus dieses Quadrat und schon ist mein erstes Artboard fertig. Dieses Artboard kann ich jetzt, so wie ich das aus Affinity von anderen Objekten auch kenne, mit Command-J duplizieren. Das heißt jetzt natürlich auch Artboard 1. Ich benenne das mal um und dann seht ihr, dass diese beiden Objekte übereinander liegen. Also genauso wie beim Duplizieren von anderen Objekten werden die standardmäßig übereinander gelegt. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich möchte jetzt dieses Artboard verschieben und dazu klicke ich es einfach an und halte die Shift-Taste gedrückt. Dann wird das schön waagerecht verschoben und habe jetzt hier mein zweites Artboard, also meine zweite Zeichenfläche. Das Herz brauche ich nicht mehr auf dieser Zeichenfläche. Wenn ihr jetzt in diese Artboards reinzoomen wollt, könnt ihr einfach das Symbol hier doppelklicken. So bin ich in Artboard 2. Hier doppelklicken, so bin ich in Artboard 1. Artboards haben noch viele andere tolle Funktionen. Da werde ich mal ein eigenes Tutorial zu machen. Es sei nur so viel gesagt, man kann damit sehr schön auch später exportieren, wenn ich zum Beispiel Druckdaten vorbereite oder ich habe damit schon mal einen Kalender erstellt mit zwölf eigenen Artboards. Dafür lässt sich das gut verwenden. Jetzt möchte ich meinen neuen Pinsel natürlich ausprobieren. Dazu gehe ich wieder auf das Artboard 2 und zeichne mir einen Kreis ohne Kontur, ohne Füllung von der Mitte der Zeichenfläche. Mit gedrückter Shift und Command-Taste nehme ich mal einen Kreis mit einem Durchmesser von ca. 50 oder 52. Das spielt nicht so eine große Rolle. Jetzt hat dieser Kreis natürlich eine Kontur und diese Kontur möchte ich belegen mit meinem Pinsel. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal diesen Pinsel an und wie ihr schon sehen könnt, sieht das noch nicht besonders berauschend aus. Wir werden uns jetzt angucken, wie man den Pinsel einstellen kann, sodass das auch anständig aussieht. Ich möchte auch keine schwarze Farbe. Ich wähle hier schon mal die Farbe für die Kontur in Rot. Das macht es noch nicht besser. Ich gehe jetzt mal zurück auf die Pinselansicht hier. Jetzt möchte ich den Pinsel einstellen. Das könnt ihr mit einem Doppelklick auf den Pinsel machen oder rechte Maustaste Pinsel bearbeiten. Ich mache jetzt mal einen Doppelklick und dann öffnet sich dieses Dialogfenster zum Einstellen eures Pinsels. Zunächst einmal möchte ich natürlich, dass jetzt mein Pinsel sich schön um die Kreiskontur anordnet. Und das macht man nicht mit Dehnen, sondern mit Wiederholen. Und hier könnt ihr schon quasi das fertige Ergebnis sehen. Da könnt ihr noch ein paar schöne Variationen einfügen. Ihr könnt zum Beispiel die Pinselbreite variieren. Ich nehme das jetzt mal so, dass mir das gefällt. So diese Einstellung ungefähr. Hier könnt ihr auch mit den Pfeiltasten wieder die Größen ändern, so wie ihr das in Affinity schon von anderen Optionen kennt. Mit gedrückter Shift-Taste könnt ihr in Zehnerschritten springen. Ja, und so möchte ich jetzt diese Herzen oder diese Herzschleifen um die Kontur des Kreises angeordnet haben. Interessant ist vielleicht noch der Bereich Versatz der Spitze und Versatz des Endes. Im Augenblick habe ich hier keinen Versatz und hier auch keinen Versatz. Ihr könnt das entweder mit der Maus einstellen und ihr seht dann schon im Beispiel was passiert. Oder ihr könnt das Pixel genau hier direkt eingeben. Es überschneidet sich dann quasi dieses Bild. Das kann ganz interessant sein, wenn ihr zum Beispiel mit einem Pinsel arbeitet, wie Affinity ihn schon zur Verfügung stellt. So eine Art Strick, wo das Strick eben ein offenes Ende hat. Und ihr könnt dann mit unterschiedlichen Enden auf der linken, auf der rechten Seite arbeiten und mit dem Bereich, der sich immer wiederholen soll. Mit der Größenvarianz könnt ihr euren Bildpinsel in der Größe variieren lassen. Das seht ihr hier. Und mit der Deckkraftvariant seht ihr, dass jetzt hier über die gesamte Kontur die Deckkraft variiert. Also hier ist eine etwas geringere Deckkraft und hier ist eine etwas höhere Deckkraft. Und das wiederholt sich dann hier einmal um die Kontur. So, ich stelle das wieder zurück. Ich möchte euch jetzt noch kurz zeigen, dass man mit diesem Pinsel natürlich auch alle anderen Optionen durchführen kann. Oder mit diesem Objekt, wie ihr sie bereits in Affinity kennt. Ich möchte mal unterhalb der Ellipse, also auf meiner ganzen Zeichenfläche, gerade ein farbiges Rechteck zeichnen. Ich stelle das Raster auch mal wieder aus. Das macht man mit Command, Shift und Hochkomma. Jetzt ist das Raster weg. Wenn man unterhalb der aktuell ausgewählten Fläche ein Objekt erstellen möchte, kann man hier oben diese Schaltfläche auswählen. Und das nächste Objekt, das ich erstelle, wird jetzt unterhalb erstellt. Ich zeige das mal mit dem Rechteck-Werkzeug. Das soll keine Kontur haben, aber dafür eine Füllfarbe. Die wähle ich gleich aus. Erstmal zeichne ich jetzt dieses Rechteck. Und wie ihr jetzt seht, ist das Rechteck unterhalb der Ellipse gelandet. Jetzt ändere ich noch die Farbe. Da möchte ich so einen grün-blau-Ton haben in Pastel, der hier irgendwie so ein bisschen zu passt. Jetzt möchte ich euch gerne zeigen, dass ihr an dieser Ellipse mit dem eigenen Pinsel auch diverse andere Funktionen noch ausführen könnt. Zum Beispiel möchte ich hier meinen Ebeneneffekt anwenden. Ihr könnt zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte einen 3D-Effekt haben. Ich zoome mal ein bisschen weiter rein. Jetzt sieht das so ein bisschen 3D-mäßig aus. Ihr könnt hergehen und sagen, ich möchte einen Schatten nach außen haben. Den möchte ich auch haben. Wenn ihr den Schatten nach außen benutzerdefiniert einstellen möchtet, klickt ihr hier in diesem Fenster immer erstmal den Eintrag an. Das reicht nicht, wenn ihr einfach nur den Haken setzt. Ihr müsst also auf das Wort klicken, um hier die Änderungen in diesen Ebeneneffekten vorzunehmen. Schatten nach außen. Ich möchte einen größeren Schatten nach außen haben. Ich möchte einen Versatz haben. Ich soll also so ein bisschen hier rüber gehen. Schau mal hier mit Radius. Ganz so groß soll er nicht werden. Dann möchte ich die Intensität hier aber ein bisschen verstärken. Die Deckkraft vielleicht auch ein bisschen größer machen. Ja, so. Und jetzt möchte ich, dass der auch noch nach außen scheint. Und zwar natürlich in einer hellen Farbe. Und ich kann jetzt hier den Radius noch mal ein bisschen ändern. Das ist die Intensität. Und jetzt mal mit der Deckkraft noch ein bisschen runter gehen. Noch ein bisschen. Ja. Das ist Geschmackssache. Ob einem das gefällt oder nicht. Also, grundsätzlich möchte ich euch zeigen, dass ihr eben auf diesem benutzerdefinierten Pinsel natürlich eure Ebeneneffekte anwenden könnt. Passt diese Effekte entsprechend eurer Kontur an. Also dieser Schein nach außen gefällt mir doch nicht so. Dann nehme ich lieber diesen hier. Und beim Schatten nach außen. Ich muss mal gerade gucken. Ich muss mal so ein bisschen probieren. Der Radius. Ein bisschen kleiner. Das gefällt mir besser. Beim 3D-Effekt. Schau ich mal hier so ein bisschen mit dem Radius. Ja. Ein bisschen mehr weich zeichnen. Nicht so harte Kanten. Okay. Schließen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn ihr mit Command 0 jetzt reingeht, bekommt ihr immer alle Artboards angezeigt. Deswegen, wenn ihr nur das Artboard haben wollt, auf dem ihr gerade zeichnet, hier doppelklicken. Und dann habt ihr quasi hier euren eigenen benutzerdefinierten Pinsel gerade ausprobiert. Und ja, das ist glaube ich für dieses Jahr mein letztes Tutorial. Deswegen werde ich euch hier in diesem Tutorial jetzt noch einmal ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Auf ein Wiedersehen in 2017 bei MenschMesh. Ich bin sicher. Schauen wir das weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017